Willkommen im Lötschental. Wir machen jetzt eine Wanderung auf die Anunhütte, wo meine Schafe auf den Sommerferien sind. Der Ausgangspunkt ist die Fafleralp. Von hier gehen wir durch die Korb in Richtung Anunhütte. Anschliessend gehen wir von der Anunhütte weg, ein bisschen weiter Richtung Gletscher und kommen dann zwischen Gletscher und Felsen zurück in Richtung Fafleralp. Ich sage so zwei, zweieinhalb Stunden. Man muss ein bisschen Anunhütten und so lange wieder zurück. Im ersten Teil gehen wir durch den Wald. Man hat flache Stücke und ein bisschen steilere Stücke. Auf der ganzen Wanderung haben wir überall wunderschöne Ausblicke, wie zum Beispiel hier die Lötschelücke. Nachher, wenn wir aus dem Wald rauskommen, kommen wir in einen Steinhaufen, der rechts eine Quelle ist. Darum sagt man die dreckige Wirtschaft. Alle Einheimischen ist das bekannt. Da ist auch immer irgendwo eine Flasche versteckt, wo man einen Gletscherläuter dazu machen kann. Und dann ist es so geregelt, dass der, der die Flasche in Österreich wieder hineinarten muss. Nachher geht es weiter. Nachher kommen wir zum Jägi-Bach. Auf der Brücke hat man eine gute Aussicht in die Schlucht. Man sieht hier sehr gut, wie sich das Wasser in die Schlucht gefressen hat. Das letzte Stück ist ein bisschen stotzender. Man darf es nicht ganz gerne angaben. Aber das ist machbar. Es geht so zwischen einer halben Stunde und dreiviertel Stunde. Je nachdem, wieviel Pause das man natürlich in der Zwischenzeit macht. Die Annhütte ist der Anfang 90er-Jahr geboren. Von einem Bergführer. Und dann ist es, Anfang 2000 hat es eine Lawine, hat die Hütte zerstört. Und dann ist sie neu aufgeblieben gewesen. Mittlerweile ist ein privater Besitzer, und ist sehr modern und schön hergerichtet. Da sind wir auf einer Höhe von 2350. Für die meisten Leute ist es machbar, ins Hochgebirge zu kommen. Man bekommt Indrück von einem richtigen alpinen Gebiet, weil dann der Gletscher sehr nahe ist. Die Berge sind sehr nahe. Und das ist natürlich sehr indrücklich. Meine Schafe sind im Sommer da oben mit der Annhütte in diesem Gebiet drin. Da hat es natürlich Hänge, die ein sehr saftiges Gras haben. Und die Schafe sind da in Sommerferien sozusagen. Ich komme dann so Mitte, Ende Juni, je nachdem wieviel der Schnee ist, wie die Vegetationsschicht entwickelt. Und so die zweite letzte Woche September kommt sie wieder zurück ins Tal. Man geht dann von der Annhütte noch ein wenig weiter Richtung Gletscher. Aber hier wird dann ein Nanobacher ist schon ein wenig steiler, aber sehr gut machbar ist, sehr gut gemacht. Das sind natürlich viele so Steine, Felsen und Wasserspiele, die früher vor 10, 15, 20 Jahren noch der Gletscher alles hat überdeckt. Und das ist auch für nicht so geübte Kletterer ist da schön zu laufen, man hat sehr gute Halt. Das ist ein sehr spektakulär, ein Dranumbach, den man nachher sieht, dass die Steine fast im Hang drin im Hangdruck lebend. Jetzt sind wir dann gerade im Ausgangspunkt wieder nachkommen. Jetzt haben wir sicher Hunger und gehen zusammen schauen, was im Hotel-Restaurant Bietschhorn vorbereitet wird. Das ist eins von den Restaurants, wo mein Bio-Lamm zubereitet. Wir sind ein Familienbetrieb, das kann man so sagen. Cello Medusa macht den Service und das Frühjahr macht das Hotel und auch Blumen und solche Dinge. Es ist jedes ein bisschen anders. Also wir machen hier den letzten Taler Lamm-Ragout. Zuerst mariniere ich das Fleisch und dann dämpfe ich das Fleisch in den Teimer, ca. 15 Minuten. Nach diesen 15 Minuten kann ich das Fleisch abgiessen. Den Saat kann ich gerade brauchen. Dann brate ich das Fleisch in der Pfanne schön heiss an. Dann wird es gewürzt und wird wieder in die Gassenrolle getan. Beni! Komm! Das ist ein Lötschentaler Bio-Lamm-Ragout mit Polenta und die Soße ist an einer Safran-Soße gemacht. Es ist ja so, wenn jemand auf biologisch nur will, ist das kein Problem. Also von dem Saft, eben von einem Tomatensaft bis zum Kaffee ist alles bio. Und eben auch Gerichte natürlich kann man von der Vorspeise bis zum Dessert kann man eigentlich die Bio-Qualität geniessen. Das war eigentlich früher. Ich fand, es ist einfach gut für die Umwelt und natürlich auch der Geschmack und allem ist viel besser. Also jetzt ist die Zeit ein wenig vergangen. Wir sind jetzt Ende September. Wir haben gerade die Schafe angenommen. Die sind nachher aufgeteilt gekommen. Jeder Besitzer hat die Schafe wieder zurückgenommen. Die Pfanne ein kommt noch ein wenig auf den Vorhalt. was nachher noch eine Woche, zehn Tage, je nach Wetter sein kann. Jetzt will ich die Zeit kommen, dass wir noch ins Hofläde besuchen. Wir werden dann nicht nur Frischfleisch verkaufen, sondern wir haben auch Würste oder Trockenfleisch, Rauchfleisch allerhand verschiedener Spezialitäten. Die neueste Kreation, die die Karin uns gebracht hat, ist ein Lamm im Aquarium oder ein Lamm-Knusperli. Hier im Haus haben wir im untersten Stock einen Maskenkelder, der einen 75-jährigen Mann schnetzt. Und dann, wenn wir Interessente haben, die Sachen auf die Seite errichten. Wir haben nichts weggeräumt. Und dann haben wir einen schönen Tischdecken und dann haben wir acht bis zwölf Personen können wir hier ein schönes Dinner machen. Das kann man buchen. Das kann man buchen, ja. A.